So, jetzt sind es noch... Oh Gott, da ist ja nicht auf, hier passt es eben. Das würde auch daneben gehen können. So, jetzt bin ich mal ein bisschen vom Kurs abgekommen, liegt das hier so sehr oder wie. Oh, wir müssen einfach rechts abbiegen. Machen wir doch. Kreisverkehr. Wo man übrigens immer nur blinken soll, wenn man rausfährt, nicht wenn man einfährt. Aber ich habe irgendwie fast noch nie gesehen, dass er die richtig macht. Aber egal. Hier interessiert uns sowieso keine. Interessant finde ich ja, dass da drüben die Windanlagen mit Rädern noch funktionieren. Wie dem auch sei, wir kommen unserem Ziel schon näher. Und müsste es gleich erreicht haben. Knapp zwei Kilometer. Die Siedlung da oben habe ich mir noch nie angesehen. Sollte ich vielleicht mal machen. Hier links die Häuser, die da stehen. Das sieht interessant aus. So, aber nun konzentrieren wir uns mal weiter auf unser Ziel und fahren hier nicht in die Wische. Okay. Anderthalb Kilometer noch. Dann haben wir es geschafft. Wenn wir jetzt zurückfahren, brauche ich endlich... Scheiße, habe ich jetzt... Motorrad... Sprit fürs Motorrad noch mitgenommen? Die Helis. Scheiße, die Helis. Ja, 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 ist ja gut. Ah, die Ratten. Boah. Die haben mich tatsächlich... Die haben mich tatsächlich gesehen hier, die Mistratten. Okay. Okay, dann gibt's verwiegst immer... Alter, wo kommen die denn her? Sind die etwa am Boden? Fuck. Das sah aus, als ob die da drüben am Boden sind irgendwo. Wo ist die Ratte? Alter, ich seh den schon wieder nicht. Können natürlich auch einfach mal aufsteigen. Scheiße! Wir fahren einfach mal ein Stück durch den Wald hier. Wir verlassen einfach mal... ...und deren Schussfeld. Ey, haben die mich immer noch. Verfluchter Donner. Okay, sie schießen zwar noch, aber ich glaube, die haben mich verloren. Ah, das ist wieder aufregend. Verflucht. Aber vorhin, das Feuer, das kam so tief, dass ich echt das Gefühl hatte, dass die quasi schon gelandet waren und mal Bontruppen ausgelassen haben. hatte ich ja schon einmal, dass die hier quasi gelandet sind und dann zu Fuß unterwegs waren, die Guards. Das war echt heftig. Das war natürlich wieder einmal eines dieser Male, wo ich nicht aufgenommen hatte. Klar. Dann war es ja vielleicht doch gut, dass ich nicht unterbrochen habe vorhin. Wollte ich nämlich eigentlich, um euch den ganzen Weg zu ersparen. Okay, also die Jungs scheinen sich verabschiedet zu haben. Wir haben es nicht mehr weit, dann machen wir mal weiter. Einfach mal weiter zum Jeli. Schutz des Dickichts hier. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe da eben schon wieder was gehört. Hey, man wird hier völlig paronid bei diesem Spiel. 430 Meter. Da, wo die beiden Türme sind, da müsste das sein. Wir schauen jetzt erstmal. Wir gucken jetzt erstmal, ob die hier noch irgendwo in der Nähe sind. Hört euch atmen. Okay, sieht nicht so aus, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. 200 Meter. Ja. Und wahrscheinlich ist der Eli weg. Jupp. Nein! Wer ist da? Ja, ja. Ihr Jungs. Wollt hier. Aber ist nicht. eigentlich. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen Heli reparieren. Ein Juni. Sehr schön. Mal was anderes. Quatsch. Muss ich erstmal das Zeug umladen. Äh, natürlich sollte ich das aus dem Rucksack nehmen. Ne, irgendwie ist das doch schon wieder halt Mist. Warte mal. Moment. So. Wieso macht denn der das nicht? Ach, dann mache ich eben alle drinnen. Dann mache ich eben alle drinnen, denen ich das könnte. Wenn ich das könnte. Glas. Oh, sechsmal Glas. Ne, ein Glück, dass ich sechsmal Glas mitgenommen habe. Ah, irgendwie kann er hier grad nicht. Jetzt geht's. Okidoki. So, sechsmal Glas. Ne, ein Glück. Motorteile, Metallteile, Motorteile. Fangen wir mal mit Motorteilen an. Ach, da brauche ich immer Teilteile für. Ok. Vergesse ich immer wieder. Ja. So. Dann mal. Das Essen. So. Mit. Dauteile. Doch jetzt aber. Doch gut, dass ich zweimal Metallteile mitgenommen habe. Das habe ich nicht. Moment. Was sagt er mir da an? Hallo? Ach, Hauptrotorteile. Motorteile. Ok. Moment. Habe ich die nicht? Ach, nee. Motorteile. Äh. Motorteile haben wir. Was habe ich denn jetzt im Rucksack verflucht? Motorteile, so. Ok. Motorteile. Motorteile. Äh. Engine. So. Engine. So. So. Was brauchen wir jetzt noch? Oh, verflucht. Ich habe zu wenig Metallteile mit, wa? Ey. Es ist nicht zu glauben. Ah. Hauptrotorteile. Haben wir hier. Ok. Ist jetzt dann beides weg? Oder wie sieht das dann aus? Wiss ich. Bin nur die anderen Helis gewohnt. Avionics. Hauptrotor. Ja. Da sind dann die mit der Scheiße. Ey. Ah. Verflucht. 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 Verflucht.